eine wunderschöne guten tag meine damen herren und wir kommen zurück zu einer neuen folge let's play smart okay die ganzen booster und der ist der mann mit den mittelringen also mit piercing so wir spielen konkurrenz heute werden wir schon schaffen wir sind wieder so lange letztes mal haben wir ja konkurs gespielt mit kukulein auf der stand das gesehen war nicht egal auf wir sehen was brauchen wir denn jetzt auf schack also wir bauen uns erstes boots sind wir alle einig rest oder irgendwie tank oder was das mensch zu sagen ne match ab entscheidet was wir bauen aber letzte runde ganz gut lief mit kukulein gut game have fun i'm too much Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung, was sie dem Meter ist. Ich hätte nur, dass wir einen Fenrir hier haben. Wir kommen in einer Welt ohne Bluestone. Eine Assi-Welt. Und aktiviert. Und Meditation. Mein Welf-Tier wird stronger and stronger. Soll ich meine Zweier? Das hat die Mana gemacht, der Schlinge. Das ist schon strong, du. Der hat nicht auch, weil ich jetzt nur den Heel habe, aber der hat auch hier. Mein, ich muss meine Base aber auch treffen. Ja, gleich hat er auch noch Ruhe, jetzt muss ich auffassen. Ich will mich nicht gleich mit einem Tower landen. Komm, holt mich. Your middle tower is under attack. Enemies, incoming right. Enemies, start. Okay. Okay, ich sollte vielleicht doch ein Basic-Duell vermeiden. Der hat keine Mana mehr. Der erste Sacrifice hat geschlagen. Deine rechte Tauere ist unter Attack. Hat der grüne Mann zugeschlagen. Aber ich muss sagen, diesen 5 beginnt eigentlich ziemlich gut. Matchmaking scheint besser zu laufen, ist ja. Und trotzdem habe ich gute Runden. Also ich spiele auch generell das Ding, das ist total irgendwie besser. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Aber generell ich spiele auch vorhin hin und laufen total brain-off, kein wegen der Musik, ne? Vielleicht sieht es jetzt auch gerade eine Hintergrundmusik. Warum gehe ich nicht weg? Ich bin total brain-off, kein wegen der Musik. Na, das wollen wir nicht. Ich will den Coole dann noch loswerden. Ja, aber noch ein paar Potts. Oh, jetzt läuft der Waveclear. Ja. Ah. Das läuft doch schon mal ganz gut. Wenn er versucht, mich zu battlen. Weil er jetzt so stark anfängt, Schaden zu machen, wird es ihm auch zu viel. Aber ich vermisse echt Bluestone. Ja. 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 Wollte endlich gefressen, aber no, sir. Ja. Ja. Ah, es schütz me. Kumba, was machst du da? Kumba? Ja, die Musik passt! Schack, Hand auf, die Lane! Okay. Glaubt ihr, das Video wird jetzt gesperrt wegen der Mucke? Na egal, meiner Kopfüberwachung juckt mich nicht, aber wenn das Video jetzt da mal hier weltweit gesperrt wird, weil die Musik nicht passt. Das ist schade. Sie kommen direkt! Die Schäden kommen! Schau deine Alliöser, ihr seid unser einziges Halt! Sie sind alle aufgerufen! Ein Schäden war nicht dein richtiger Tor, Zagre! Sie sind wie ein Vegetarier. Let's go for it! Let's go! Ne easy 2 für seins! They're all fired up! 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 They're Wenn dieses Aro nicht mehr auf dich... Die Schraubende Kugeln! Die Schraubende Tauern ist untertitelt! Ich schütte Stacks! Okay, ich entschuldige. Entschuldigung! Schraubende! Schraubende meine Schraubende! Untertitel! Oh, den hätten wir schon mal dauernd. Standbild! Ist das怎么样? Dieser Nami-Damage ist doch krass. Warte, wie viel Platz hier eigentlich ist. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Warte, wie viel Platz hier ist. Warte, wie viel Platz hier ist. Ich bin ein kleines Mädchen. Wir haben gleich noch ein bisschen Movement Speed mit dem hier. Ja, gar nicht, dass der so wegrennt von uns. Das ist mir alles nicht. Das ist für dieser Nami. 2.100 brauchen wir, dann kriegen wir richtig viel Movement Speed. 2.100 brauchen wir, dann geht's. 2.100 brauchen wir, dann geht's. 3.100 brauchen wir, dann geht's. 3.100 brauchen wir, dann geht's Mir gefällt das alles gerade nicht. Ach, scheiße. Nur dich das zu verkaufen? Geh, Truffle! Die Starterheilers sind zwar schön und gut, aber so ganz gefallen die mir nicht. Vor allem mal Rollenquests. Beklariert. Was, ob das so einen Bonus bringt? Habe ein bisschen Eis für das Verbruch. Hier mach ich jetzt noch einen Stressbound und dann ab und ab und ab. Du bist wie ein Jaguar! Wir sind auf jeden Fall ein bisschen schneller unterwegs. Okay, sie haben Fire Giant. Jetzt müssen wir ganz schnell die Beine in die Hand nehmen. Okay, oder? Wir machen das. Wenn Hebrus nicht ohne uns macht. Ah, schade. Ja, jetzt heißt es ja jeden Tag verteidigen. Der Leim und Graber haben bisher nicht den, ähm, die Goldfury. Oh, aber die machen das Portal. Ja, ich kaufe den Wurz noch. Könnten wir gebrauchen. Die Starterheilers sind nicht in der Mitte. Your titan is under attack you won't survive the winter your metal Phoenix has been destroyed ich werde dieser name und fern jetzt auch noch mal reporten für dieses lachen aber ich hasse dieses auslachen immer wende aber trotzdem cool und so war es jetzt nicht mehr man kann nicht immer gewinnen toe und 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 immer Okay, dann danke und schüttereit bei Hiroki. Adios.